So, wir sind jetzt hier im Hauptrestaurant von dem Hotel Les Canoni in dem Vier-Sterne-Beach-Camba-Hotel. Und das ist jetzt hier, was ihr seht, ist das Buffet fürs Mittagessen, was hier aufgebaut ist im Hauptrestaurant. Es gibt wirklich von allem etwas extrem frisch zubereitet. Es gibt wirklich frische Salate, Antipasti. Es gibt hier drüben Grillstationen, wo alles frisch zubereitet wird. Also das ganze Fleisch, der Fisch, wird alles frisch zubereitet vor den Augen der Gäste. Überall Showcooking, ganz, ganz toll einfach. Und die Auswahl wirklich zum Beispiel auch am Brot der Hammer. Also zig verschiedene Brotsorten. Man kann entweder hier drinnen essen oder eben halt draußen mit Blick auf die Poollandschaft. Das ist dann hier diese Richtung. Es ist echt super, super schön. Und es ist für jeden Geschmack was dabei. Also auf Fisch, Fleisch, Nudeln, ja, Gemüse. Wirklich von jedem, für jeden Geschmack ist was dabei. Und hier gehe ich jetzt mit euch nochmal zu dem Highlight, was vorhin uns die Führung gesagt hat. Und zwar haben wir hier eine ganz, ganz tolle italienische Ecke mit sehr vielen verschiedenen frisch zubereiteten Nudelsorten. Und haben hier drüben, einen kleinen Moment, hier drüben haben wir einen Pizza-Würfen, der eben nach dem Regen auf uns bei den Gästen ankommt. Und hier nochmal eine Grillstation und hier wird auch die Pizza geschoben. Und das auf Mauricio. Vielen Dank.